1. 8. 2. 1. 5. 12. 13. 14. 15. Olli, direkt nach Theta, ja. Die Bravo-Lanz nochmal bitte, außer die Stormcrow, direkt Richtung Theta. Prost. Die haben bisher noch nicht Absalom geholt. Da vorne jetzt bitte bei Fox 7 langsamer werden. Weg dann zu uns ausschließen. Ja. Ejo. Bitte. Bitte. Kannst du mal noch ein bisschen weiter rauswagen bitte? Oder ich spielst auf den Hügel obendrauf. Ja. Epsi wurde jetzt schnell genommen. Gut, dann bitte Golf 8 an die Kante da ran, in Richtung Stargate. Geht mal ein bisschen, versuch mal out of sight zu gehen ein bisschen, Leute. Genau, schön links am Ziel. Jack, ich komme mal zu dir. Kappa genommen. Die sind gesplittet. Lights. Ja, die sind gesplittet. Gut, dann durch Stargate durch. Hier ist was, äh, im Pass. Im Pass, im Pass, im Pass, Pass ausräumen, Pass ausräumen. Und Stargate haben wir auch, Delta 2 durch Stargate mindestens. Wir gehen durch den Pass, wir marschieren durch den Pass. Copy. Ja, wir kommen jetzt durch Stargate. Full Speed, durch den Pass. Ich habe die UV gekauft. Wir sind viel. Wir laufen durch die durch, nicht vor den stehen bleiben. Durch die durchlaufen. Der Hanschi ist offen. Sehr schön. Stormcrow Fox, ne? Stormcrow Fox, durch die durchlaufen. Und dann umrennen hinter dir. Alpha. Fox. Das ist immer noch. Beta, rücken ist auf. Wärter ist komplett offen. Hinter uns jetzt, Delta. Feuerlinie machen jetzt, wo die herkommen. Lights kommen. Hinter uns ist noch ein Black Knight. Kommt da rein. Gut. Bitte nur die zwei da hinten umdrehen und den fertig machen. Der Rest bitte wieder nach vorne rausdrücken. Aus der Schlucht rausdrücken. Hat eine Abschaltung. Delta Prime, Delta Prime, Delta Prime. Seiten Torso. Center, Center. Deck aufpassen jetzt. Macht keiner mit. Ihr seid noch zu viel getrampt. Wir sind jetzt da. Golf, ein Treffung. Oh, gut schön. Ich bin jetzt raus. Los. Lights hinter die gleich sitzen. Durchlaufen jetzt. Schön. Ja, schön. Let's da. Nice. Ihr müsst noch. Was kämpft. Ich bin gleich auf Epsi, bitte. Geht noch einer? Nee, eigentlich nicht. Alles mit euch. Auf Epsi, bitte. Ja, schön. Was für ein Getränke. Das muss man nochmal ein bisschen nutzen. Das war Übitte. Das ist normal. Haben wir den Black Knight da hinten vergessen oder ist der hinten rumgekommen? Der spielt das natürlich. Ich glaube, der hängt noch hinterher. Ja, ich denke auch. Der Black Knight hatte... Hatte der den XL drin oder den Standard? Ich frage, warum den Standard war ich? XL. Okay. Und da mir geht's noch so gut, ey. Ich hab 72% alles verteilt. 89 bei mir. Allgann 82. Sämtliche Panzer-Unioner. Ähm, ja. Also es gibt noch... Die haben richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, das war jetzt... Das war jetzt...